Ich öffne jetzt mal offiziell die erste Kiste von den Hunderten. Dann hebeln wir mal los, hätte ich gesagt. Läuft gut auf jeden Fall. Die fünfte Kiste. Die fünfte Kiste. Ich muss jetzt mal sagen, für den Kisten, was wir jetzt schon aufgemacht haben, der Schnitt ist gar nicht so krass auf jeden Fall, das ist echt heftig. Geht schon. Also ist jetzt die dritte Kiste. Die dritte. Könnt euch ja schon mal so ein bisschen warm raten. Aber das sieht auch immer anders aus. Also jetzt kommt der vierte, gell? Vierte. Wenn meine Nase ist aber nicht so lang. Genau. Jetzt legt mal rein eure Tipps hier. Legt mal ab. Immerhin noch. Zeig mal kurz ein Modell an. Ach so, ja. Also jetzt. Hier sind die Skins. Entweder Skins oder Zustand. Die Negatoren. Ich tippe eine Pharma-Stypsis. P90. Der Roman macht das taktisch. Das soll der Meiste kommen. Jetzt eigentlich immer nur auf die blaue Scheiße tippen. Ja, also das andere ist ja blöd. Ja. Also. Chigo sagt Minimalware. Jasmin sagt P90. Chigo sagt P90. Moment mal. Ja. Ich tippe. Ja. Immer das erste. Okay. Dann machen wir jetzt mal Knüppel mal los. Den sind ich jetzt auch richtig? Ach so, aber die. Von vorhin schon. Ja. Okay. Oh. 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 Roman geht. Geht halt. Also komm dann machen wir los jetzt. Wir wollen das auch mit der E-Difu machen. Können wir dann nicht schon mal einsteigen. Sehen wir mal wie es funktioniert. Wir öffnen jetzt. Dupe 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 dupe. Was habe ich getestet? Ach. Akkuban. Ich glaube alle haben rein geschissen. Außer. Wer hat Condition gesagt? Condition ist. Einsack erprobt. Du hast spiel. Alter du Geier. Wo? Doch. Das hat viel testet. Boah. Homo. 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 Look at the cross of our own. Homo. 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 Entschuja. Da war derlei. König der Hund. Woha. Wohoho! Wuhu! Ah des sehe ich direkt so eine abgemixte Condition man. Ja. Scheiße. Aber. Aber erste rote. Ah kamps Sturen. Battlescard. Alter. Alter. Direkt das. Die offiziell die erste rote aus dieser verfickten Case. Alter. Alter 5 Euro ist ein paar. 4 Euro 6. Ha 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 ho! Alter, da ist offiziell das die scheiß lila skin Star Trek ist mehr wert Alle, alle fünf Tüsten, Chris Mach du mal die Striche 4 der Case Ja, jetzt kommt 8 8 Wir brauchen einen Knief Sorry, Chico, dass wir so leise sind Wir reden schon mega laut Aber Skype scheißt da ein bisschen rein Aber Skype hat halt so generell Also mit dieser Bildschirmaufnahme am besten funktioniert So, next Case 9 Und danach gehts wieder los Also macht euch jetzt schon Gedanken Was in der 5. Case kommt Schlüssel 4, Kiste 20 Nein Also nochmal für alle, die dazugekommen sind Ihr tippt jetzt, was in der nächsten Case kommt Welches Skin Also welches Item Wenn ihr das richtige Item tippt Gibt's 3 Punkte Condition 1 Punkt Also wenn das nächste Item tippt Oder Also nicht uns Oder, genau Und dann, wer kriegt ihr die Punkte Und am Schluss, wer am meisten Punkte hat Nach den 20 Wird das Knife bekommen Alter Alter Wer schreibt das so Hey Drain Alter Genau, immer nur eins von beiden Okay Okay Ja Offiziell Ähm, was nenne ich denn? Ich zeig jetzt, ähm, die MP7 mit Chief Okay Okay, letzte tipp war für Nico Und dann machen wir go Knüppel mir die Kiste auf Ah HA 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 Oh, nico Nico hat Oh, oh Jo Läuft Ja, ich auch, gell Ich hab auch nichts stich gesagt Ha 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 Viel testet Hey Jochen, was geht ab? Dann schreibt man es auch auf, ich bin halt außer Konkurrenz, ich will es aber trotzdem wissen. Ich habe auch genügend schief getippt. So hatte ich nichts. Nicht schief. Ich kann ein Mikro hier lauter stellen ein bisschen und dann merken, nachher zurückstellen. Warte mal, ich mache es mal lauter. Test, 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 test. Heißt, wenn es beschissen wird? Der Stream müsste besser werden. Ist besser. Okay, ich habe es jetzt mega laut gemacht, jetzt müsste auch im Stream besser sein. Genau, besser so, genau so, okay, nice. Das ist besser. Das ist besser, Timo. Herzlich willkommen im Stream, auf jeden Fall. Das ist natürlich Voraussetzung, ja. Man hört ihn gar nicht. Hört ihr mich nicht? Aaaaaah! Also, okay, jetzt sind wir bei 10. Jetzt machen wir die 11. auf, also in vier Kisten gibt es den nächsten Tipp. live. Okay, warte. Red mal. Ja, aber ich sehe dich gar nicht ausschlagen, wenn du redest. Warte, im Stream hört man dich überhaupt die ganze Zeit nicht, alter. Warte, welches Ding muss ich machen für den Windows, den Desktop-Zone? Warte. Hä? Ne, warte, ich habe das, ich muss nur wissen, welcher, weil Jörg hat ungefähr 2 Millionen. Weil ich 2 Millionen Sachen angeschossen habe. Ich teste jetzt einfach mal. Kopf, Lautsprecher, Test, ne, das ist Mikrofon, Lautsprecher. Ne, ne, warte mal. Das bringt ja auch nichts. Test jetzt das mal. Sag mal was. Truscher? Sag mal irgendjemand was, im Discourse? Okay, das war falsch. Falsch. So, das möchte ich nicht. Test, sag mal was. Jetzt, sag mal was. Hallo, hört ihr mich? Hallo, äh, die Hand, ich klar. Sag dir da nichts. Weil ich abgelenkt war, es ist mir leid. Okay, ja, gut. Und als Falscher? Ja, jetzt wird man bei jedem. Ja, ja, mich hört man auch. Ah, okay. Jetzt muss ich mega laut sein. Viel zu laut. Okay, ja, ich glaube, jetzt ist es viel zu laut. Jo, Jochen, vielen Dank für dein Follow. Tod Fresse TV, vielen Dank für dein Follow. So, jetzt müssten wir ungefähr gleich laut sein, hoffe ich mal. Ja, sehr gut. Jetzt Kiste Nummero 11 müsste es sein. Ja. Ja, müsste. Und go. Philosoph 99, ja, bis Premiere. Jetzt ist es gut. Bamboosel. Bamboosel. Machst du Strich? Das war schon. Das ist ein 12, ja? Genau. Ich erkläre jetzt nebenbei nochmal, während die zwei die Kisten öffnen. Und zwar ist es so, jede fünfte Kiste müsst ihr tippen. Entweder ihr tippt, welcher Skin kommt, ihr bekommt drei Punkte dafür. Oder ihr tippt die Condition, bekommt ihr einen Punkt dafür. Wer am Ende des Tippspiels die meisten Punkte hat, gewinnt das Knife. So wollen wir natürlich, äh, also ihr könnt euch gleich schon mal Gedanken machen. Wir müssten jetzt, glaube ich, bei Kiste 14 sein, oder Jörg? Die Flutzeln kommt jetzt. Jo. Auf geht's. Die blaue Scheiße ist am Start auf jeden Fall. So, jetzt kommt ihr nur 15, der wieder. Also, jetzt eure Tipps in den Chat rein. Auf geht's. Runde drei. Zeit nochmal an, Modelle. Achso. Genau, das Giveaway funktioniert folgendermaßen. Ihr müsst jetzt tippen, entweder welcher Skin kommt, oder welche Condition es hat. Habt ihr den Skin mit? Oh, die gönnt. Die gönnt, die M4. Oh, oh, oh. Hoppla. So. Ich tippe, äh, P250. Ja, schön. Ja, schön. Ja, schön. Intinigato. Also, Roman übertreibt's immer und sagt die Namen. Aber, der hat's mit Autoshots, Shotgun. Totzresse, immer nur, ähm, ja, übernehmen immer das Erste, weil es gilt nur Skin oder Condition. Jochen nimmt, Schnappi nimmt die Org. Warte mal ganz kurz, den muss ich auch noch in die Liste eintragen, dass es nachher einfacher ist für mich. Schnappis. So, dann, denke ich mal, könntest du starten über. Jo, dann, auf geht's. Oh, jetzt geht's los. Ah, der Marc ist noch dabei. Nimmst du noch gleich in die Gruppe mit auf? Jo, nehm ich noch gleich mit auf. Ah, die Famas, wer hatte die Famas? Totzresse hatte die Famas. Nein, nein, Totzresse hatte die Famas. Mp7, sonst keiner. Und sonst niemand. Okay, warte, wer hat Condition? Condition. Wir haben einmal Condition getippt. Viel testet. Ja, hatte aber keiner Condition getippt. Jo, also. Also, wenn man da hat, Totzresse kriegt es erstmal drei Punkte. Damit ist Totzresse ungleich mit Nico. Und mir. So. Ja, aber du bist außer Konferenz. Das ist fatal. MTO, 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 HFU. MTO, HFU, bitte follow da lassen, damit du auch am Ende, falls du... Ja, der Marc hat schon gefolgt. Alles gut. Sehr gut. So, dann machen wir die nächsten vier Außerwertungen auf. Auf geht's. Was machen wir eigentlich, wenn am Ende Punktgleichheit herrscht? Weiß nicht. Das hat man noch nie in Erwägung gezogen. Soweit haben wir gar nicht gedacht, gell? So was kann ja auch nicht passieren. Okay. Eins-weses-ein-Aim-Duell. Nee, 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 nee. Oh, Lila. Wenn ich nur wüsste, dass die... Ich glaube, ich glaube, noch ein, zwei Kisten mehr, wo dann genau die E-Zen dritten können. Ja, so können wir es machen, ja. Dann gibt es so ein Eins-gegen-Eins-Duell mit den letzten... Ähm, was hast du gemacht? Das war die dritte jetzt. Hallo. Hallo. Okay, 19. Vierte. Ah, ich sag, wenn da heute nichts runterrattert, außer diese blaue Gülle. Äh. Okay, jetzt geht sie los. So, jetzt müssen wir bei Kiste 20 sein, oder? Richtig. So, dann einmal bitte die Tipps rein. Haut eure Tipps in den Chat. Einmal P90. Jo, Jochen, wissen wir Bescheid, aber wird wahrscheinlich heute, wahrscheinlich nichts werden. Oh, ich sehe viele, Mekten. Aber dir gute Besserung, Jochen, auf jeden Fall. Mekten, Mekten, Tech9, Lila. AK-47, bitte für mich. 10,90, Jasmin hat Minimal. Oh. Mekten, Fall. Die Leute gehen auf die drei Punkte. Ja, aber macht echt Sinn. Guck mal. Ja, ich glaubst du... Ja, ja. Also ich glaube aktuell sind alle drin. Und Mark nimmt die Gale. Gale. Also dann knippel mal auf. Hoffentlich ein Knife. Jo. Ja, das wäre natürlich... Okay, ich tippe halt nach Gegenstand. Komm, komm, komm! Oh, Galil! Oh, der Mark gönnt sich. Haben wir noch eine Galil? Nee, ne? Nee, doch. Er ist so fast, Uwe. Ja, der hat... Aber sonst... Aber wir haben einmal Condition, Uwe. Minimalware... Oh. Vieltested. Wir kriegen nur vieltested. Schade, schade. Ja, da weiß ich ja, was ich zu tippen habe. Ja. GZ Mark geht, Chico. Damit haben wir als führenden aktuell den Mark, die Trottfresser und den Chico... Trottfresser, Alter. Alter, das ist schon nah mehr, Alter. Also, knippeln wir die nächsten vier auf, bis zur nächsten Wertung. Xmerzassi, du bist jetzt neu am Start, oder? Xmerzassi, herzlich willkommen im Stream. Hallo. Schön, dass du da bist. Kurze Erklärung auch für dich. Wir machen hier ein Tippspiel. Jede fünfte Kiste muss die Condition erraten werden, oder der Skin. Dafür kriegst du Punkte. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Knife am Ende des Tages. Also, um 23.59 Uhr. Nein. Das dauert ja, wir sind ja schon beim Viertel vielleicht. Geht viel zu schnell. Da kommt Nummer 23 da ab. Sonst kommt nur blaue Scheiße. Ja. Zumindest Star Trek blaue Scheiße. Ist jetzt schon wieder die Fünfte? Ich mag deine Galil. Kann nicht sein. Die Viertel kommt jetzt. Ach so, du machst die Ding zu schnell. Die Striche. Oh, da war die Autoshotgun. So, dann einmal bitte wieder eure Tipps. Runde 5. Das waren die ganzen, was wir bis jetzt hatten. Nichts. Du hast viel testet. Da ist die P90, MP5, P52. Ich soll einfach mal ein Messer reinfliegen. Ja, das finde ich auch. Fummers, Mac-Ten. Oh, da ist jemand Neues. Oliwander. Oliwander. Herzlich willkommen. Heißt Stream. Ja, wenn ich bin, wer weiß. AK-47. Moment mal. Ah, stimmt. Da ist ja die AK-47. Ich habe gerade gedacht, es gibt keine AK-47 im Chess. Servus, Oliwander. Schön, dass du da bist. Ich tippe P90. Das mache ich immer die Unterstriche da rein. Dass man Mensch ein bisschen im Blick hat. Dann Minimalware. Okay. Ja, okay, dann darf er Minimalware haben. Das ist okay. Das ist dann noch nicht zuerst. Hat Cigo auch zwei, oder? Ja, Cigo's erster war so ein Messerknife, weiß ich nicht. Ja, Nico hat gesagt Messer. Also, erster erste Nachricht zählt, Nico. Auf geht's, Knife. Erster Nachricht zählt, Nico. Scheiße was. Also, dann machen wir Knife jetzt. Oder wie gesagt. Okay. Also, dann ist glaube ich aber alle ihren Tipp abgegeben. Dann machen wir los. Dann fliegt ganzer die farbige Scheiße vorbei. Moonrise, der Track. UMP hat glaube ich niemand. Sieht aber gut aus. Er hat Condition. Ja, wer tippt schon Lila? Wir haben einmal Condition, weil der Oliwander hat dann gesagt, er nimmt Minimalware. Weil er ist ja nicht genau, weil er hat. Ohoho, da ist glatt Minimalware geworden. Oliwander, ein Punkt für dich. Oliwander hat einen Punkt abgeräumt. Läuft bei mir. Aktuell Führende hat drei Punkte gekriegt. Immer noch. Echt jetzt. Holy shit. Okay, auf geht's. Kommt wieder vier Kisten ohne Wertung und dann geht's weiter. Aber bitte erst, nachdem ich gepostet habe, jetzt eure Lebensmitte, Runde, bla bla bla. Die ist ganz cool, die finde ich eigentlich ganz cool. Aber die ist halt leider komplett nichts mehr wert. Ja, natürlich ist die nichts mehr wert. Aber kann man halt Selfies machen. Bambusel, das kommt ein Euro. 1,15 Euro. Okay, das zahlt nicht mal der Kistenpreis, ne? Das ist halt echt traurig. Einsatzerprobe. Findet die Idee mega nice. Ja, ist auch von dir. Oliwander, auch an dich bitte followen. Nur, wenn du gewinnst und kein Follow hast, bist du nicht berechtigt, das Knife zu kriegen. Slimer. Slimer. Auf geht's. Mein Knife. Oder was Rotes. Kannst du mir dann ein paar Skins schenken, bin arm. Ja, ich bin echt arm. Nach dem Opening bin ich definitiv arm, wenn es so weitergeht. From the air, your brief. Die P250 kommt immer, wenn keine Tipprunde ist. Und da ist der Follow von Oliwander. Oliwander ist jetzt kalt. Herzlich willkommen. Die lilaner kommt auch echt auf. Vielleicht kann man sogar einen schönen lilanen ab Trade-Up nachher machen. Die Rote hat halt richtig reingeschissen. Battlescar. Hast halt Rot. Aber geh mal drauf. Zeig die mal. Ach shit, jetzt hab ich Erinnerung gemacht. RIP. Du musst halt in 3 Minuten nochmal füllen. Nein, ich hab's vorher öffnen. Okay. Was? So, wer für Kishma? Ähm, Rote. Zeig nochmal die 5-7, weil ihr findet die eigentlich ganz geil. Ja, die ist auch ganz cool, aber in dem Zustand, der Skin an sich, der Skin an sich, finde ich mega geil, aber in dem Zustand ist halt scheiße. Ja. Mal davon abgesehen, wie du reinscheißt, wenn du halt in der Kiste schon mal was Rotes ziehst und dann halt so ein Crack, Alter. Aber stell dir den Skin mal auf eine AK oder auf eine M4 vor. Wow. Oder auf P90, das und P90. Nee, P90 hast du das bei Kätzchen. Ja, schon, aber. Das passt halt auch. Jetzt zählt tot bei Kätzchen. Tot durch Kätzchen. Aber Jörg, du zählst mit, oder? Ja, ja. Jetzt ist die vierte schon wieder. Ja, ja. Jetzt ist wieder Runde. Tipprunde, oder? Ja, jetzt, ja. Auf geht's. Tipprunde. Ab in den Chat mit den Tipps. Was nehmen wir denn? Was haben wir denn? Ich nehme, ich nehme den Ort Momentum. Okay, die auch die Momentum, alles klar. Als ob sie kommen. Ah, die M4 würde ich mir auf jeden Fall schmecken lassen. In Star Trek FN. Wir wollen ja nicht kleinlich sein. Oh, Nico, wechsel die Taktik. Thomas, AK, AP90, Galil, M4, A4, viel Tested, Mac10. Leise. Ich glaube, es haben jetzt aktuell alle getippt, die die ganze Zeit getippt haben. Ja, hast du alles notiert? Ich habe nichts notiert. Ich notiere immer nur am Ende die Punkte. Ah, das ist eine sehr weiche. Oh, Ollivander hat gerade noch eine. Oh, Ollivander schießt nach. Minimal wear. Oh, Leute, er macht seinen Streak weiter. Wenn er damit gut gefahren ist. Dann machen wir mal, knippeln wir mal auf jetzt hier. Auf geht's. P250. Oh, oh. Oh, es ist die P250. Crusher weiß. Alter. Und da ist Crusher der neue Führende. Oh. Mit vier Punkten. Und Condition? Fabrik neu. FN. Oh. Das hat niemand. Wer tippt schon FN? Ja, der eben stärkste aus der kompletten Gruppe ist jetzt natürlich hier. Nicht öffnen. Nicht öffnen. Ist ja eng stark. Extra Taktik geändert. Alter, wie sieht denn die aus? Die sieht der Mega-Ranzig aus, Alter. Kampfspuren. Guck mal, vergleichen wir mal. Hier ist es in einigermaßen gutem Zustand. Einsätze probt. Ich habe auch so voll der ugly Skin. Ja, Mann. Oh, Black Knight. Das wäre echt geil, ey. Oh, die lasse ich mir ausschmecken. Die ist viel testet, oder? Abgenutzt. Abgenutzt. Well, well. Aber die ist fett auf jeden Fall. Die kommt schon gut aus. Das ist halt so ein Medusa-Fake, ne? Hand auf jeden Fall was das Kind. Aber für abgenutzt sieht die noch echt gut aus, oder? Ja, das Pattern sieht immer gut aus. Aber du siehst, so der Rest von der AWP, der sieht so abgewichst aus. Aber ich finde auch den Scope oben. Guck dir mal den Scope an. Das sieht mega geil aus. Das ist Schlangenhaus. Das ist schon jammern auch hoch. Das ist ein hohes Niveau, Alter. Jetzt kommt die AWP. Ich finde den Scope geil. Ja, der ist auch mega fan. Wenn der sinkt im Preis, werde ich die auf jeden Fall selbst spielen. Ich bin die Werte-Skin. Der Stat-Track ist die, glaube ich, 60 oder 70. Ja, ein normaler Fan. Ja, ja. Es fliegt halt alles vorbei. Das ist unglaublich. Die Whitefish. Nein, da ist die hässlich. Vor allem die scheiß Kräten auf dem Magazin, Alter. Ja, wie das aussieht. Da kann man mal Props zu den Designern schicken. Auf jeden Fall. Also, wenn ich mit Paint irgendwas mache, würde es bestimmt besser aussehen. Du hast es hinten drauf, hinten auf der Rückseite. Das ist doch das optische Highlight. Ne, warte. Das ist bestimmt so die Signatur von dem Menschen, der das designiert hat. Guck mal, das ist doch vorne. Guck mal, die Seite vorne auch schon. Die P90 ist blau, ja. Framblin. Jo, die ist blau. Die P90 ist blau. So, next case. Jörg, mach deinen Mund zu. Oh, aber diesmal gute Condition. Oh, das könnte im Ende sein. Die können Minimal, ja mindestens Minimalware. Ich denke, Factory New, ich sag Factory New. Minimalware. Nö, das ist okay. Ja, aber die sieht fett aus. Guck dir das mal an. Wie heißt die Affäre, das ist schon mal da. Community, verkaufen. Nein, StatTrak ist hier halt noch, glaube ich, gut was wert. 17,26 Euro. Die ist einfach mal offiziell fast viermal so viel wert wie dieser Redskin, den wir vorgezogen haben. StatTrak SN ist die, fucking 80 Euro wert. Alter, Falter. Let's fünfte, 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 fünfte. Auf geht's. Okay, fuck, okay, ich muss sich steigern. Auf geht's. Knife. Oh, Roman. Oh, Roman. Roman zieht durch heute auf jeden Fall. Ich tippe jetzt R8 Revolver. Die Scheiße, die habe ich erst, glaube ich, einmal vor, ist die vorher vorbeigegangen. Und es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich die gesehen habe. Egal, ich kann aber voll das Risiko verlieren. Ich bin ja außer Konkurrenz. Aha. Darf der Philosoph noch wechseln? Ja, jetzt darf er noch. Machen wir Ausnahme. Ich, Pounce. Ich, Pounce. Was geht ab? Willkommen im Stream. LKZ. LKZ. Hat er schon mal vorher mitgemacht? Nein. Nein, das ist das erste Mal, dass ich ihn gerade eingefallen habe. Okay. Viel Glück. Dann steigt direkt mit dem Auge-Tipp ein. Also man kann sich echt noch gut hochholen, wenn man jetzt die Skins tippt und drei Punkte einhängt. Aktuell führende, ähm, jetzt der Crusher mit vier Punkten. Sag's doch du selber. Alles great. Ja. Schieberei. Ja, man muss nur einmal richtig raten, das gleich auch. Okay, ich glaube, das waren die Tipps. Jo, ich glaube auch. Dann knippeln wir auf und viel Glück allen. Und vor allem mir. Ja, gut, die AK ist immer noch... Oh, die AK hat Chico. Schnappi. Oh, wirklich, AK. Wow, ein Sneeko günstig. Schnappi auch AK, nice. Schnappi... Ab geht's, auf geht's. Condition ist... ...drei Punkte... ...field tested. Hat das jemand? Nein. Hm, hä? Alle genug Eier, um die Skins zu tippen. So, führende, aktuell, Chico und Schnappi. Nein, Schnappi hat nur drei Punkte. Entschuldigung. Aktuell führende, Chico mit sechs Punkte. Sechs Punkte, okay. Wie viel hat er zweite? Also du? Das bin ich mit vier Punkte. Dann kommen drei Punkte. Also, Chico, was geht bei dir? Nico geht richtig ab. Okay, dann knippeln wir jetzt weiter. Ja, ja, klar. Oh, alter eine nach der anderen. Die lassen wir uns schmecken. Ich verrauch's nachher, kannst du nochmal Zehn Kissen aufmachen. Mach ruhig weiter, eine Minute bin ich fertig. Ja, eins hat sie probt. Ja, lass bitte dein Herzen ab. 10 Euro viel Tested, 10 Euro viel Tested. Was? 10 Euro viel Tested ist dieser Art. Also, die ist immer noch doppelt so viel wert, wie der Redskin. Mach's so weiter, mach's so Tipp nachher. Ja, fast schon. Ich hab's schon richtig gesehen, okay. Next Skin. Nico hat die Glaskugel daheim. Ja, die gute Glaskugel. Marujita. Oh, die Bambuse. Eigentlich cooler Skin. Selbst das Magazin hat so eine Holzoptik, aber es hat echt nichts wert. Von dem her. Auf geht's. Wie der da? Wie wäre weh? Eigentlich immer ein Gegner-Team, aber diesmal daheim, jo. Lila Aufwertungsvertrag geht schon nachher. Als Bonus. Oh, Star Trek sogar. Ja, Aufwertungsverträge werden wir auf jeden Fall machen. Aber ich glaube, Lila machen wir echt noch, aber Purple. Nein, wobei, wenn die AWP würde ich niemals den Aufwertungsvertrag packen. Das ist eine noch, ne? Naja, das war jetzt die dritte. Jetzt kommt die Verte. Genau, jetzt kommt die vierte. Was für eine Condition hatte die AWP? Viel testet. Zehner. Vollkommen geil. Ah, die kannst du auf keinen Fall den Aufwertungsvertrag schicken. Die ist viel zu viel wert, die AWP. Kriegst dann den Scheiß-Skin, wo... Alter, hör mir auf, für fünf Euro. Ne, ich dachte, 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 ich dachte. Dann ist die Nummer fünf. Ignorieren. Runde acht. So, schreibt eure staatlichen Schaden in den Chat. Na ja, bedass englisch. Das ist nicht okay. Entweder verstehen uns oder nicht. Ja, genau. Tipps ab in den Chat. nächstes gehen moment minimalware mc10 p90 pro 90 oder hat jemand neues lilybjant herzlich willkommen im stream lilybjant diegel p250 p90 pumpgun aber wenn zykl p90 tippt dann drücke ich auch p90 ump auf minimalware ich pounce geht nur awp oder minimalware lilybjant immer wieder gern okay desert pumpkin desert nein ich habe die desert egel ah ok chris streckt um auf die desert egel ok joo slovakiansk vielen dank für dein follow so dann knippe mir die kiste auf ich denke es kommt nichts mehr kommt noch was nico wenn du weiter das gleiche ich gebe es auf geht's auf geht's rassismus ja der ist am start auf jeden fall die farmers hat jemand die farmers nö galil die tortfresse ja aber einmal einmal wurde minimalware getippt nö jasmin und vom lkz und was hat er ne ikz hat awp gezielt oder hat er nochmal nachgesetzt dann zählt awp dann hat nur die jasmin minimalware getippt ja aber was hat es ist das minimalware fabrikneu die und fabrikneu die ist ja eigentlich dann minimalware wahrscheinlich gerade so ein millimeter weiter und guck mal da unten das ist ja voll die karten so holy shit man abgeranzte factory new was ich in meinem leben gesehen hab voll am schatten ist was anderes hatte auch aber geh nochmal gibt es einen großen unterschied zwischen dem viel testet und dem minimalware der awp der awp weiß ich gar nicht er hat die ding hier ist welches condition ist das abgemacht einsatz erprobt sieht so aus dann sich hier hinten noch so die kratzer aber sieht schon mega gut aus und viel testet und hier ist minimalware die sieht schon echt aus wie geleckt ja aber was ist am fn dann auch anders ja hier sind doch kratzer also das schon wie der chris gesagt hat meckern auf hohem niveau für fn ja du kannst auch die float angucken uwe ne wo ist das information 0107 ne wegen der wegen der wegen der pharma-satein ach so stimmt ja untersuchen 0,06 ja und ab 0,07 ist minimalware fn ist ab 0,07 ja alles was drunter ich will lieber die awp als das nein zoff 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 kalt akku bin es ist richtig traurig also ich meine die awps die retten mir gerade den aus aber es ist halt ja das ist ja was wir haben ja das war jetzt schon wieder die führte das kommt die fünfte dann einmal die tipps meine freunde ab in die kommentare so jetzt eure tipps runde 9 mc10 minimalware in der linie tippen ok ok soll ich den slowakian mit reinhauen gut wenn das versteht kann das ja mitmachen wenn das deutsche versteht slovakia nix sprichst du denn deutsch oder was sonst nicht also ich will einfach ein wahrscheinlich das zweite account von nico ja lass ihn rein ja ist doch ok ja aber eigentlich ist nicht okay das ist kein internationaler stream ist klingt halt blöd aber lieber leute die hier wirklich am start sind belohnen das ist erlaubt nein aber du musst sagen damals ok dann sind wir mit den tipps durch nein ich will für 250 bestellung öffnen und öffne ich bitte wer die farmers Alter, der Penner, Alter Was? Echt jetzt? Ja Nico setzt sich ab Nico setzt sich ab Oh, Nico will's mal Nein, Glaskugel regelt Ja, aber Ding Mag auch Farmas Stimmt, mag er auch Farmas Ja M-Tot-Hafu, ne? Ja M-Tot-Hafu Ja Was für eine Condition, weil wir haben einmal durch Chris Minimalware Oh ja, okay Könnt sogar sein, so scheiße wie vor in Factory Newhouse er Jo, Minimalware Einmal klatschen Wer hat das? Chris Der Homo Ja Sag mal, Uwe, was hältst du denn davon? Doppelte Punkte bei der Hälfte jetzt? Bei der 50 dann? Oder meinst du, das ist zu hart? Macht ja keinen Unterschied, oder? Ne, macht glaube ich echt keinen Unterschied Außer einer kommt jetzt dazu Der hat einen Vorteil dadurch Ne, hat er nicht Naja, dann Verlass Ne, im Prinzip ist es glaube ich echt wurscht, oder? Bin ich falsch Ne, lass es Sonst hat der Nico gleich noch mehr Punkte raus Mach meine Tastatur kaputt Da macht er das Bier auf und dir lass mal einen halben Liter tropfen auf meine Tastatur Ja, dann hol doch vielleicht ein Tempo oder ein Zebra liegt hinter dir Da tut er nichts, um seine Tastatur zu retten Da tut er nichts Ja, Chico hat schon recht Also ich würde jetzt auch nichts ändern Fertig Macht glaube ich auch keinen Unterschied im großen Ganzen Aber wir lassen es so Naja, wenn der Nico gewinnt Kann der Uwe das ja gleich irgendwo auf eine Seite reinhauen Also, Prisma Case Wir sind jetzt gerade durch Okay, müssen wir wieder vier kribbeln Und vier Knives ziehen Prost, Crusher Mich schief Der Nasenbär, Alter Der Nasenbär, Alter Hast du auch so eine schöne Wandfarbe Ja, meine Schnau Welches Neif gibt es überhaupt? Ich muss mal raussuchen Hast du durchfall gehabt, oder was? Hier, ein schönes Aufbrechmesser versenkt Was, das wäre ein Pummi oder 60? Der Wert ist, äh, Moment 53 Euro Kann man sich schmecken lassen Für, für so einen kleinen Screen Oh Karabit Baby calling it Muss mal eben, glaube ich Den Namen attacken Wie Chico schon gesagt hat Mach's auch nach vorne Mach's vorne und hin So So Geht's Kiste 4, Schlüssel 20 Sagt Philosoph Save a knife Äh, Jörg, jetzt kommt 46, ne? Ja Ja Jetzt kommt mein Freund Dann kriegst du 5 extra Punkte Oh, schönes knife Ja Moosgrün 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 Der Crusher gönnt sich Im Hintergrund rum Aber die müssen nächstes Mal Auf jeden Fall safe checken Wie das geht, dass wir euch dann auch sehen Geht's mal Mach's ja, hast du dich, Alter Ne, mach's ja, hast du dich, Alter Brinkst mir die P250 vorbei Ich schmiede den Knife raus hätte ich glaube die p250 werde ich in real life besser als ein knife oder war der revolver ok auf geht's auf geht's ich bin ja die kann tatsächlich auch schon relativ oft ich bleibe aber bei mini mann mp5 erhalte auch nice was warum man mal wieder ja wo man kommt man braucht man wieder zeit für den galil kam schlängel nicht ja wo man tut doch zum dritten oder zum vierten mahl's knife oder ja aber wenn es dann kommt Dann freuen wir uns aber alle für den Roman. Ja, natürlich. Nein. No homo. Nico ist für die Runde disqualifiziert, weil er hat... Wischen geht das? Er hat Glaskugel davor geschrieben und dadurch kann ich den Tit leider nicht akzeptieren. Computer sagt nein. Roman hat halt Ehren. Ja, Mann. Ja, Roman ist richtiger Ehrenbruder. Ich freue mich nicht. Ich freue mich nicht. Wollen wir, Todfress... Danke für die Power-Steer-Faber schlägen. Erstmal baddeln. Also Uwe, ich sag dir eins. Wenn du heute einen Sapphire oder einen Ruby ziehst, setz dich mit ins Auto und fahr zu dir. Hör mich ab. Hör mich ab. Also ich glaube, wir können jetzt die Tipprunde beenden und knüppeln die Kiste auf. Die war mit sehr viel Gefühl geöffnet. Ja? Oh, wie oft die AWP... Oh, oh. Nein, Wichser. Galin? Ja, Alter, die... Vor dieser Scheiß... Äh, AWP wieder angehalten. Ich freue mich mittlerweile über die AWP mehr als alles andere. Die Todfressere kriegt drei Punkte auf jeden Fall. Und Yasmin hat Minimal Wear. Wir müssen die Condition nochmal sehen. Okay, wir gucken uns die Condition an. Ich habe übrigens auch Minimal Wear. Todfresser, Nico auf der Folge. Viel testet. Also, kleiner Zwischenstand. Führender ist Nico mit neun Punkten. Oh, neun Punkte. Platz zwei teilen sich Todfresse und der Tote Hafen. Ähm, aber und? Platz drei ist Raffe. So, Tafu. Alter, ich habe ewig lang gerade gebraucht zu Raffen. Wer ist der Tote Hafen, Alter? Alter, die Phönix-Kiste ist auf 19 Cent. Was? Erstmal alle Phönix-Kiste. Scheiße, ich habe Operation Wildfire-Kiste. Warum ist Phönix gestiegen? Ich habe einfach 600 Stück. Alter. Ja, jit. Geht, läuft bei dir. Warte mal Phönix, habe ich die auch? Ich muss mal checken morgen mal. Morgen check ich das. Ist schon ziemlich alt. 19 Cent, da muss man vielleicht mal rein shoppen. Aber es ist ja eigentlich schon zu spät. Okay, wir haben gerade die geöffnet. Okay, dann knüppeln wir mal weiter. Das war jetzt übrigens Halbzeit. Oh, Halbzeit ist dann... Ich muss mal Zeit für einen Knife. Ja, der Diggle. Diggle? Ich sage, Diggle ist schon ziemlich... Ja, die ist halt auch nichts mehr wert. Alter, noch 50. Boah. Die Diggle hat auf jeden Fall was, ja. Ist auch ziemlich nice. Wobei ich einige andere eigentlich mehr feiere. P250. Ups, geht. Du, er hätte die auf Cage gebrannt. Ja, Mann. Paar One Deaks. Oh, Factor. Den finde ich auch geil. Da gibt es auch verschiedene Pattern. Da gibt es irgendwie so einen Sternpattern. In der Skyline. Oh, zweimal die Purple. Boah. Eiskalt. Und da ist die fünfte Case am Start. Runde Elf. Red Star Pattern. Ich sage jetzt... Ich sage jetzt MP5, Alter. Die muss jetzt kommen einfach. Das aufholen. Factory New. Moment, Vater. Ich tipp gleich. Was ist was? Red Star Pattern? Auf der UMP. Ach so. Kommunisten Pattern haltet. Die Orb bei Mara. Die AK-57 beim Chris. Fama bei der Top-Fresse. Was habe ich? Nico ist wieder raus. MP5 für mich wieder, bitte. Okay, ich glaube, du hast die Tipps durch, oder? Ich denke... Was hast du gesagt? Du stinkst. P250. Also, auf geht's. Viel Glück an alle. Ich finde dir hat das nice, gell. Ja, ey. Mac-10. Niemand hat die Mac-10. Jetzt kommt es auf die Condition. Wir haben einmal Condition. Wir brauchen mal ein Factory New. Minimal wear. Ach, knapp vorbei. Jetzt habe ich irgendwo gesehen. Gehen alle leer aus. Wahrscheinlich gibt es die da nicht in Factory New. Schade. Schade. Gegen jeder leer aus jetzt. Krass. Ja, ja, das war eine Leerrunde. Okay. Ach, das ist die Cap-On-Crusher, aha. Schäu nicht mal mit. Also, es gibt nachher safe einen Purple Trade-Up. Nur aufpassen, dass wir nicht die AWP reinballern. Und ein einige blaue Trade-Up-Sons aufgeben. Gerade an der Werder Revolver wird kommen, Alter. Das kam bisher aber nur Schrott. Ja. Oh, da ist gerade die Rot wieder vorbei. Da kommt jetzt wieder was, glaube ich. Aber da fliegt gerade jede Farbe vorbei. Ja, Mann. Und da kommt sie. Da ist dein MP3. Der Homo. Okay, meine Freunde. Okay, next round. Next round. Ich sage Tech-Nein. Bambuse. 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 Runde 12, P90, AK-47, Galil, P90, Raycress, Jokernstress, Gayfarmers. Die AWP in Factory-New-Star-Trek würde ich mir echt schmecken lassen. Die ist schon mal mehr wert als, keine Ahnung, 20 Knives oder so. 5-7, das ist gut. Ich meine, einmal hatten wir sie ja schon. Viel wert ist sie auch nicht. Also, das ist schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dazu kommen. Da kommt das Schaddi noch. Ich glaube, wir haben alle. Kei Riegel da echt am meisten. Okay. Dann haben wir, glaube ich, alle. Sieht durch. Auf geht's. Aufknippeln. Oh. Alter. Da hat keiner damit gerechnet. Der kam aus dem Nirgendwo. Ich habe mir vorhin schon getippt, aber das hat mir alles nichts gemacht. Viel testet. Ja, aber das ist der Skin, um den Trader zu Red zu machen. Der dürfte ein bisschen was wert sein. Community-Markt? Nee, 3 Euro. Ja, ich glaube auch, dass der nichts wert ist. 3,80. 3,80. 1,3,80. Die Duck Force. Jo. Tut so leid. Hat jemand viel testet gehabt? Das Ratespiel repräsentiert mein Glück beim Kisten aufmachen. Jetzt kommt die P90, die ich seit 5 Runden tippe. Seltener Spezialgegenstand. Das ist halt schon echt traurig. Ja, so viel Blau. Aber ich glaube, dadurch, dass du jeden 5. Skin nimmst und da schon die Blauen dazwischen sind, ist es echt nicht so einfach. Weil du könntest natürlich Blau tippen, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ hoch, dass man Purple oder Pink zieht. Seltener Spezialgegenstand. Löffel. Oh! Da ist schon wieder da. Die lassen uns schmecken. Die sieht FN... Nee, die sieht... Warte, wir tippen jetzt. Guck da unten auf die... Guck auf die Float. 0,12. Minimalware. Minimalware, ja. Egal, 17 Öcken. Ja, die lassen uns schmecken. Die nehmen die. Oh, die müsste mal ins Dead kommen. Oh ja, oh ja. Wo bleibt das Abstecher-Messer? Ja, das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Nächste bitte, Trico. Ähm, Dennis. Sini Bini, hallo. Warum? Sini Bini, herzlich willkommen im Stream. Was geht ab? Sini Bini, wenn du gleich einsteigen möchtest, tippe ein Skin, der jetzt kommt. Also wir tippen jeden 5. Skin. Entweder tippst du den Skin oder die Condition und kriegst für die Condition 1 Punkt und für den richtigen Skin 3 Punkte, was jetzt aus der Kiste kommt, beziehungsweise aus jeder 5. Und dann kriegt der am Schluss am meisten Punkte hat, die einen Knie-Skin. Ich nehm... Ich nehm... Fortschpresse, äh, damit werden bestimmt Trader-Skin. Jo, mit den ganzen blauen Skins machen wir auf jeden Fall safe. Und halt hoffen, dass die AWP halt rauskommt. Jo. Ich tippe ins Sini, gelte. 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 Ich tippe. Oder fehlt noch was? Jo, ich glaube, wir haben so vom Gefühl her alles. Also gut, dann knippeln wir auf. Oh, da kommt noch was. Kinder Sekt. Ja. Ist echt so, ja. Ist halt... Also, dann knippeln wir auf, weil Kinder Sekt ist kein Skin. I'm watching you. Tunus. Das geht's. Viel Glück. Kinder Sekt ist kein Skin. Danke, aber ich hab keine Ahnung von Silks Go. Ja, aber cool, dass du trotzdem vorbeischauest, auf jeden Fall. Mac 10 haben wir gar nicht dabei, aber wir haben einmal Condition getippt, meine ich. Die Jasmin hat Minimal Wear getippt. Ah, viel testet. Also, wie der Punktlose Runde. Trotzfresse, nicht nur dein Glück. Oh, da ist die UMP wieder. Hier ist die UMP, oder wie? Ja, moin. Die kommunistischen Sternen. Aber muss dann diese Sternen richtig rot sein, oder was? Diese Sonne, oder was ist es? Ich weiß nicht, das ist am besten. Mond und Sterne. Ich hab heute auch kein Glück. Warte mal, Jasmin, wie viele Punkte hast du denn? Jasmin hat ein Punkt. Oh. Ah, der Stern ist beim Ironside, da muss ich ihn auch nochmal gucken. Ja, die AK. Die müssen sie Glück haben. Ich habe damals nur in so einem Fortnite-Stream Rettet die Welt gewonnen. Und der Schnappes freut sich, die guckt bei mir nicht. Ich meine, die AK ist ja echt nicht schlecht, also die ist ja immer noch wenigstens noch ein paar Euro wert. Da habe ich Glück verstürzt. GZ auf jeden Fall tot. Und da ist die Galil Scheißhaufen. Rostiger Scheißhaufen. Jörg, du hast den Blick. Ja. Ja, eine noch und dann ist es wieder so weit. Ja. Auf geht's. Die Diegel ist ziemlich geil. Ja, die Diegel ist echt ziemlich geil. Das einzige, was mich an der, wobei, das ist echt ein Meckern auf hohem Niveau, wenn ich die gerade mal auswähle. Diese 3D-Dinger sehen so von der Seite echt cool aus. Aber die, 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 ja. Das ist so eine Möchtegern-Fate halt. Aber die hat schon auf jeden Fall was. Die ist schon cool. Du möchtest sie das aus wie so eine Alienwaffe. Alienwaffe, okay. Jetzt wieder die Tipps, bitte rein. Aber so Leute, Runde, Runde 14. Oh, Jasmin, geh weg von meiner P90. Das ist unglücklich. Ich tipp jetzt die AWP. Oh, Nico. Messer. Messer, ja, Mann. Roman, Messer. Wenn jetzt Talon-Knife kommt. Jetzt sind gewonnen, jetzt sind gewonnen. Also wenn Roman Talon-Knife richtig hat, krieg ich den doppelte Punkt. Das entscheide ich jetzt. Roman hat eh noch keine Punkte. Ich kaufe den Roman-Knife. Okay, da kommen die Diegel noch und die AWP. Dann war es das wahrscheinlich. Alkoholfrei. Echt, du, Alkoholfrei. Das steht wirklich mal. Oh, hey, Edi. Herzlich willkommen im Stream. Ahoi, ihr zwei Striche. Roman hat erst mal freigeschaltet. Ahoi, ihr zwei Striche kann man schreiben. Prost. Das wollte ich gerade auch machen. So, danke, Mods. Das ist so Beleidigungen freischaltet. Ich wollte gerade auch klicken, freischalten. Was hast du verpasst? Bisher noch nicht so viel. Edi, auf jeden Fall. Wir sind jetzt bei der Runde 14, 15? 14 Kiste. Also alle fünf Skins könnt ihr quasi wie jetzt. Du kannst jetzt auch noch mitmachen. Musst du einen Skin sagen, der jetzt als nächstes aus der Kiste kommt. Oder eine Condition. Oder. Und wenn du die richtige Condition erraten hast von dem nächsten Skin, kriegst du einen Punkt. Und wenn du den richtigen Skin erraten hast, kriegst du drei Punkte. Und wer am Schluss des Streams die meisten Punktzahler hat, kriegt ein Neid. Nein, darfst du nicht, Nico. Wir werden keine Punkte verschenken. Nur an mich. Nur weil du so viel hast. Okay. Edi, nimm die Diegel. Dann machen wir jetzt auch gleich los mit dem Call. Du kannst doch mir die Punkte schenken. Oh, da war Pink. Oh, blaue AK. Wer hat die AK? Haben wir eine AK überhaupt? B90, B90, Farmer, Parlon, 5-7, Diegel, AWP. Das ist total besser oder nicht? Gar nichts. Nichts oder was? Wieder eine Nullerrunde. Hatten wir auch keine Condition? Nein. Okay, dann geht's weiter. Jetzt knibbeln wir wieder. Haben wir genug? Haben wir genug Schlüssel? Kommt ich hin? Ich hoffe. Du brauchst noch 30 um die alle zu beenden, glaube ich. Echt jetzt? Na, kommt um dich hin. Ja, 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 ja. Dann reichen meine Schlüssel. Ja, ja, ja. Du brauchst jetzt noch genau 30 Kissen. Die Presse vom Jauke, Alter. Moonrise. Oh, oh, oh. Ja, die sieht ja aus, Alter. Aber da ist der Stern am Iron Side oben. Guck mal, das ist jetzt dieses Spessel-Pattern, aber mit abgewichster Condition des absoluten Zornes. Siehst du jetzt dieses Red Star-Pattern? Die ist ja sauber. Tod, du kannst dir das eigentlich selbst ausrechnen. Guck, was 100 Prismakisten kosten und dann kannst du nochmal 100 Schlüssel dazu kaufen. Hast du strich gemacht schon? Ja, ja, ja. Ja, du strich. Striche, striche. Oh, wie oft diese scheiß Orb vorbeigeht. Ja, Mann, ist das toll? Dann kommt sie nicht. Homo? Ja, eher mehr, Nico. Die Pisse kostet 1,60. 1,24 hat mich die Goldkiste übersetzt. Wo hast du das ganze Geld? Der hat den Roman auf den Strich geschickt. Deswegen hat der Kronter eben geschrieben, ihr zwei Striche. Ja, richtig. Der weiß Bescheid. Der Stammkunde. Der Stammkunde, halt, ne? Alter. Oh, da war die Arb. Die hätte es doch sein können, wenigstens. So, jetzt kommt wieder die nächste Runde. Achtung. Nein. Jetzt, jetzt schon? Ja, ja. Ich bin jetzt bei Kiste 4. Oh, ja, okay. Wenn ihr das sagt. Runde 15. Auf geht's. Viel Glück. Knife muss ich schon noch kommen. Im 4 lese ich wieder. Fahre mal. Ich brauche jetzt das Knife. Komm schon. Auf geht's. Knife. Oh, da fehlen aber doch ein paar. Hey, ich verlasse hier ein paar Kekse. Die sind vor zwei Jahre abgelaufen. Krisch 50 Cent, wenn du so alle frisst. Also mal kurz an den Stream. Ihr müsst wissen, wir sind gerade alle im Skype, um halt keine, kein D-Day zu haben, dass wir das Case Opening sehen und der Roman, der Chris und ich haben Webcam an, ja? Ihr müsst euch vorstellen, der Chris hat kein Oberteil an, ja? Kann ich nicht sehen. Ja, spitz mich. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Oh Gott, ich will es, glaube ich, gar nicht sehen. Also, der... Oh, Chris. Ich will gar nicht, ich will gar nicht, ich will gar nicht. Oh, hört auf. Oh mein Gott. Okay, warte, wir müssen jetzt. Auf geht's. Auf geht's, Uwe. Auf geht's, Uwe. Wir wollen sagen, wenn ich es mache, ist mein Sohn, ich will tanzen. Zack, 0, 0, 4. 0, 4. Chris, wir werden bestraft, ey. Jetzt braucht es das Melme von dem Blunden zum Terry. Mir hat er gejuckt. Auf geht's, gehst du. Warte mal, ich... Ich seh den Bildschirm nicht mehr, Uwe. Oh, what? Ich auch nichts. Was habt ihr gemacht? Ich hab' nicht gehofft, fuck. Ihr seid zu krass eskaliert. P90! Ah, jetzt hab ich's wieder gemacht. Bildschirm teilen. Jetzt müsst ihr wieder gehen, oder? Ja, warte mal. P90. P90 hab' ich? Ah, jetzt sehe ich euch alle drei. Hallo! Ja, P90 hab' ich. Alter, nee, Mann. Warum, Nico? Warum soll der nicht zählen? Wirkt so'n Serious! Ah, das geht immer noch nicht. Wir müssen das nächste Mal abchecken, dass das mit dem Skype funktioniert. Bei dem sehe ich mich jetzt auf dem Bildschirm dreimal. Ich seh mich selbst. Ich seh mich noch mal. Und ich seh mich noch mal. Ich seh mich jetzt zweimal. Ich seh euch nicht, okay. Also gut. Aus und Crusher, den sehe ich. Dann machen wir mal, knippeln wir mal die nächsten vier auf. Ach so, scheiße. Haben wir überhaupt ausgelost? Nein. Leider. Hier, wir waren alles so hart abgewechselt. Die Condition müssen wir gleich noch mal gucken. Hatte jemand die P90? Ja, ich. Minimalware. Ja, gib mir einen Punkt. Minimalware. Ja, kriegst du mit deinen zwei Punkten. Wollen wir mal einen kurzen Zwischenstand machen? Ja, mach mal. Hau mal rein. Kurzer Zwischenstand. Platz 1, Chico mit neun Punkten. Oh. Platz 2, meine Wenigkeit mit sieben Punkten. Platz 3, die Todfresse und der M-Tot-Hafu. M-Tot-Hafu? Mit sechs Punkten. Okay. Auf geht's. Roman, guck mal. Ich hab was ganz Feines für dich. Kennst du so was? Dann raus Loser, Nullpunkte. Ja, du bist doch erst eingestiegen. Wenn du jetzt zwei, drei Skins richtig erwähnst, bist du voll im Rennen. Ja, mit drei richtigen Skins bist du dabei. Das ist der neue MP3-Player. Ah, Kassettenplayer. Ach so, ja. Das kenne ich. Das war nicht so in der Fahrt, aber das kenne ich, ja. Oh, eh, oh, eh, oh, eh. Ist jetzt nicht langsam wieder so ein? Nee, noch eine Nacht, ja. Kann gar nicht sein. Guck mal, wann die P90 sind. Okay. Schmeißt du jetzt zwischen 1 and young, oder was? Das sieht so aus. Ja, jetzt ist mir tatsächlich 1 and young. Kommt jetzt. Ah, hier ist noch mehr. Oh, das ist Jackson nicht mehr. What can you do this? Oh, Juge. Kann ich eigentlich noch Schlüssel nachdaufen? Nee. Ah, geht, okay. Nice. Ich dachte, es geht vielleicht nicht, weil ich am anderen Rechner eingeloggt bin. So soll es das schon nicht tun. Ja, Teamschuss und Schuss mal. Kommt dann erst mal der Paypal-Bahn. Drei, vier, sechs, neun, zehn, neun, vier, sechs, acht, zehn, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwei, vier, sechs, acht. Diese Kisten müssen sie noch sein. Oh, Dennis. Oh, ich komme die fünfte hier weg. Oh, Dennis. Zehn, zwanzig, 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 zwanzig. ıyla 21. 21. Ich bin noch öffigen Hals. Ja, la, 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 la. Achso, hat jeder getippt eigentlich? Achso, ja. Tipps noch offen? Hat jeder getippt? Ja. Zeig mal, was immer kommt. Ja, wenn man das wissen. Hat viele Tippt da? Achso, ja. Warte, Moment, ich öffne die Kiste. Ja, ja, ich musste die Kiste wieder öffnen. Makten. M4 zu durch. XM. Ich hab getrippt. Schnappes fehlt? Ne, Schnappes hat jetzt. Kron hat. Okay. Zeig mal, was immer kommt. Jetzt hab ich gedacht. Haben wir alles? Ja. Auf geht's. Makten. AK47 und ich bin Führer. P250. Niko! Chico hat Game am Handy. Deswegen ist er nicht ein TS. Der sagt immer, was rauskommt. Du fängst immer im Aventar checken. Ah ja, warte mal. Ach so, Edic hat Makten gekauft. Was ist die Kondition? Viel testet. Hat das jemand? Hab ich, hab ich, hab ich. Oh, glückgönntig. Kalt, 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 kalt. Also führender 12 Punkte Nikolai. Ja, wo man vertreibt. Ich hab 5 Punkte Vorsprung. Alter. Na, Niko hat Game am Handy. Ja, aber sowas von. Oh, da war die AWP wieder. Ja. Wie das denn, ey. Ich tippe sie vorerhebend. Ja, das... Ein Game weiß das. Das kannst du mir nichts erzählen. Also ich muss dir sagen, weil Brom war schon richtig gehypt auf dieses Opening. Mittlerweile denke ich mir, wo bleibt das 9? Ja, 9 fehlt immer noch leider. Ich mein, mit den 3 oder 4 hatten wir gezogen haben. Der Elikron hat jetzt FT, also viel testet, getippt. P250, weil P250 nicht geht nicht. Also viel testet, weil du musst die CAT Kids ins Bett scheuchen. Also notieren wir mal FT für Elik. Was ist das? Katzen. Schick mal Gabe rüber. Roman zu wenig Kisten aufgemacht um das zu wissen. Ich hab mir aufgemacht als du denkst. Jetzt kommt die Farmers. Ja, wir sind aber noch gar nicht dran. Ihr müsst jetzt nicht tippen. Wir haben jetzt dritte Case. Ah, Crush ist auch AFK. Oder? Na ja, aber mit Headset. Alle, am Rauchen. Guck hier. Jede Kiste ist zu viel gut. Waren wir beim Gendel erfolgreich. Ja, das ist wirklich so. Ist bei mir aber genauso. Ist die vierte erste Striche? Jo, Jo, Jörg ist am strichen. Alter, wie oft muss ich diese hässliche Kotze noch sehen? Und die ist, glaube ich, offiziell sogar Factory New. Nee, Graf Mann, ohne Scheiß. Warte, die ist bestimmt Factory New. Nee, Minimalware. Hässliche Scheiße, Alter. Jetzt kommt der fünfte. Jo, jo, Tipps in... Ähm... Deswegen nehme ich den Homo jetzt. Das ist wie die... Das ist wie diese Autoschrotze Grotto. Ja, Mann. Nee, Autotacker. Grotto. Lieblingskind von Papa Nomali. Echt. Nee, nee, nee. Genau, von Papa Nomali. Ich bin morgen in Paris. Ich bin morgen in Paris. Was geht denn morgen in Paris, Kot? Na ja? Alter, er wollte doch Echsen, als er das gezogen hat. Er wollte echt Echsen. Aber der war ja auch so besoffen, ey. Was geht in Paris, Kot? Ich bin morgen in Paris. Pariser. Aua! Also, ich gehe mal davon aus, dass die Tipps am Start sind. Dann öffnen wir den Behälter. Ach Uwe, siehst du mich beim Case Opening die ganze Zeit? Ich sehe dich die ganze Zeit, ja. Ab nur dich. Ach du Scheiße. Er fühlt sich unüberwacht. Oh Gott. Oh Gott. Oh ja. Die Tortfresse. Die Tortfresse. Coole Sache. Ferien enjoy. Nice. Hau rein. Tortfresse hat in Runde 17 Punkte gemacht, ey. Tortfresse ist Nico auf der Spur mit 9 Punkten und Nico führt mit 12. Oha. Tortfresse will sich noch ein Knife gönnen auf jeden Fall vor Paris. Das ist ein Busch dazu gekommen. Busch JFX has followed. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen im Stream. I was wondering if you want some graphic designs. No, my graphic are very good designs. Lacht nicht mal jemand. Aber die fucking Stille, Alter. Voll die Tonestillse. Warte, so kurz Ding. So zirp'ne Grill. Diese Grille, Alter. Also jetzt knüppel mal wieder 4 auf. Hier, Buschi. Du kannst mir mal was machen. Komm, wo ist das Schwert, Mann? Ah, wie ist der Zustand? Shit. Alter, ich verraff's gar nicht. Ja, das ist die. Eines hat er zerprobt. Sorry. Verkackt. Alter, wenn ich da runde scrollen und sehe, was ich für Scheiße gezogen habe. Ist es warm oder das helllicht? Ist es warm, ja. Völlig warm. Ja, es ist warm. Das andere blendet ein bisschen krass. Was hast du so in deinem PC verbaut? Teile. Siehst du, wenn du bei Twitch so, warte, runter guckst in die Beschreibung. Da ist ein schöner Ref links. Da kannst du draufklicken und die kaufen. Dann krieg ich Geld. Und nebenbei siehst du auch, was ich im PC verbaut hab. Du kannst draufklicken ohne dass was passiert. Also du kannst auch die Teile natürlich kaufen. Es passiert nichts. Aber ich krieg dann halt eben... Ja, du kannst einfach draufklicken und dann siehst du, was ich für Teile verbaut hab. Weil ich selber weiß es nicht mal. Also ich kann mir das nicht merken, was ich verbaut hab. Was zählst du mit? Ja, der Traum sieht drülle. Seid Jörg, sie voll verwirrt. Ja, gerade so. Geist nicht Chris. Hallo Clemy. Hey Clemy 9000. Herzlich willkommen im Stream. Was geht ab? Eine Bambusel geht ab. Und auch Dankeschön für deinen Follow Clemy 9000. Du bist kalt. Auf am Ellboden. Ach Scheiße. Ich hab nen Lüssen Kinn 2006 und 2070. Ich hab halb weiß schon. 2070. Er hat glaub ich ne E7 7600 und ne GTX 1080 Ti mit 32 Gigabyte DDR4 RAM. Der Bruder weiß es besser als ich. Komisch. Er berät mich halt immer. Warte mal. Welche Giste haben wir denn? Vierte. 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 Alles gut. Was gibst du denn away? Warte okay. Dafür. Ich geh mal kurz auf das nice giveaway knife. Auf die versenktes Aufbruchsmesser. Wert war glaub ich 53 Euro. 53 Euro. Das wird nachher rausgehauen. Aufbruchs. Ja schnauf. Damit geht man quasi bricht man auf. Ja also das die Todtfresse drauf ist auf jeden Fall hier für Paris. Todtfresse. Na klar. Das wird reinnehmen. Also Ding. Clemy du musst allerdings. Nein du musst kein Sub sein. Du musst. Gefollowed haben. Ja hat er ja. Gefollowed hat er. Du musst jetzt quasi. Die nächste Kiste ist wieder so weit. Das ist die fünfte Kiste. Wir tun jede fünfte Kiste quasi. Ähm. Kannst du ein Skin tippen. Der kommt. Also in den einzelnen Skin. Kriegst du drei Punkte. Oder die Condition was der nächste Skin hat. Oder. Ähm. Die Condition eben. Also Skin oder Condition. Für Condition kriegst du einen Punkt. Und für den richtigen Skin drei Punkte. Ähm. The Crusher kann mal eben die Punkte vorlesen. Ob du jetzt noch eine Chance hast. Dann musst du auf jeden Fall den richtigen. Okay. Ist die harte Wahrheit. Die schmerzt manchmal ein bisschen. Aber du kannst gerne mitmachen. Du kannst gerne mitmachen. Du kannst gerne mitmachen. Außer wir machen noch die ähm. Tradeups. Die Tradeups dazu. Ja. Wir gucken jetzt mal wie es ausgeht. Und dann. Also du kannst jetzt mal gerne mitmachen. Du kannst gerne mitmachen. Und sammelst du jetzt schon mal ein paar Punkte. Und dann gucken wir nachher was rauskommt. Und dann gucken wir was wir noch machen mit den Tradeups. Oder sonst irgendwas. Ich tippe da AWP. Bäm. Ah doch wie wir tippten. Achso. Wollen wir mal wer fehlt. Da fehlt doch irgendeine. Ja. Ja. Die Meister gestern übrigens. Was? In the condition. Das skin. Aber setback nicht. Ja jetzt mach es ja zu kompliziert. Du bist ja krank. Das kannst du ja gar nicht mehr her sagen. Entweder. Entweder. Vollkommen. Blaue Galil. Viel testet. Also Galil ist jetzt dein Tipp quasi. Du kannst entweder Galil oder viel testet sagen. Also wir nehmen jetzt Galil weil du das als erstes gesagt hast. Und dann sag ich mal. Wir brechen mal auf. Weil die Runde schon angeschnitten ist. Korn auch dabei. Nice. Okay. Also. Auf geht's. Viel Glück. Baraboom. Barabang. Aller. Aller. Yeah. Scheiß. Also. Clemy. Und. Ja. Niemand. Clemy. Jo. Herzlichen Glückwunsch. 3 Punkte. Und schon bist du im Rennen. Ach das. Oh mein Gott. Also im Rennen ja. Was deckt man hinterher? Beim Design man. Ja man. Ist richtig zum Kotzen. Tut auch ein bisschen weh, der Skin, wenn ich den immer so in den Bildschirm reinfliegen sehe. La-Ise. La-Ise. Uah! Oh! Oh! Yo! Scheiße, Oli ist weg! Ja, Mann! Alter, wie geil! Holy Shit! Was, das sieht voll gut aus, Alter! Was ist das wert? Ja, Mann! Die kriegst du halt einen, die kriegst du halt einen! 53 Euro! Nein! 53 Euro doch! Ja! Holy Shit! Holy Fucking Shit! Oh, war der Haare, Mann! 356 Euro! Holy Fucking Shit, Alter! Oh, mein Gott! Oh! Da kann man mal klatschen! Danke, danke! Ich glaube, ich glaube, Nico hat Gabe so am Telefon gesagt, komm, jetzt lass mal was springen! Komm! Gerade so, dass es sich deckt mit dem Case Opening! Gabe, lass mal was springen, hat er Nico gesagt! Ah, war so... Alter! Shit! Oh, das ist halt auch... Er sieht mega clean aus, Alter! Ja! Wie du sagst, Roman, Alter! In dem Moment, wo du nicht mehr dran denkst, Alter! 0,06! Scheißegal! Ich muss sagen, das Festseite an sich sieht auch gut aus! Nico hast Gabe am Telefon sagt, lass mal klingeln kurz! 356 Euro! Vor allem, ich finde, das sieht auf diesem Messer noch richtig gut aus! Ja, Mann! Diese Skin! Fette Nummer! Nico hat Gabe kurz gesagt, lass mal! Hast du Profit gemacht, Uwe, oder wie sieht das aus? Ähm... Ob du Profit gemacht hast, jetzt? Ähm... Mit den AWPs? Der ist auf jeden Fall! Krass, Mann! Ja, der jetzt ist Profit! Ja, Mann! Alter! Nice, Mann! Dann ist er gut! Scheiße! Nico hat gleich geklippt, Alter! Nice, Scheiße, Alter! Dann können wir uns nachher mal reinziehen, den Clip, Mann! Fette Nummer, Alter! Geil, Mann! Hammer! Oh, das ist schon gleich gezogen, Alter! Alter, Mann! Das ist ein Zeichen, Uwe! Was, welches war das? Das war die erste Kiste nach dem Ding! Puh! Uwuhu! Alter, wenn da jemand der Snifet hatte, dann hätte ich die Calls hätte alle! Ohhhhohohohohoho! Shit! Der hätte Instant gewonnen! Oh, nein! Wichser! Jetzt hat er so gesagt, jetzt hast genug! Nimm die P90! Ah, ah, ah! Nein, nein, nein! Alter, hab dir jetzt mitgezählt! Jo, Jörg zählt! Es ist jetzt eine Kiste gewesen! Jetzt hat er die Kiste, also, das war ich dann auch. Ohne Scheiß! Ich wusste es einfach... Alter, auch so ne richtig geiles Mal, ja! Alter, ohne Witz, Mann! Richtig Fett, Alter! Das sieht echt gut aus, Mann! Und ich sag heute morgen noch ein Knife kommt, Alter, kranke Scheiße, Mann. Ja, bei 100 Kisten darf das schon mal passieren. Alter, kann es aber nochmal klingeln. Jetzt wollen wir zu viel, jetzt werden wir gierig. Egal, Mann. Das Game ist auch gierig. Wir dürfen auch gierig sein. Ja, aber jetzt kommt nichts mehr. Jetzt erwartest du es. Das Knife kommt immer dann, wenn du es nicht erwartest. Jetzt, jo. Also, haut die Tipps in den Chat. Knife! Oh, das schaut toll aus. Das ist harte Call jetzt. Aber das ist, aber jetzt mal ernsthaft. A Roma zieht durch. Knife, Alter. Das Ding ist, Uwe hat schon mal zateinander gezogen. Ja, Mann, ist echt so. Ich habe offiziell schon mal zwei Kisten geöffnet und zwei Knifes gezogen. Das ist jetzt die Sache. Ja, und Chigo hat eine Kiste gehabt und er hat gesagt, er zieht Knife und hat Knife gezogen. Eine Kiste. Uwe ist der deutsche Anomaly. Ja, Mann. Mach einfach. Da fliegen die Tipps rein. Runde 19. Oh, das ist schon die vorletzte Runde. Alter, das ist halt auch noch ein mega geiles Knight. Ja, man, das sieht echt so. Sieht echt gut aus. Die Wiegel, Pharma, Asp250, Mac, P90, Mac10, Knight, Alter. Roman zieht echt ruhig, Alter. Wiegel. Ich habe aber vorhin auch durchgezogen den Knight und so weiter. Ja, Roman hat die kalten Calls heute. Alter, das war so geil, wie der Uwe dann plötzlich sagt, du hast dich. Ohne Witz, du denkst immer so, du bleibst dann cool, weil du hast jetzt so viele Millionen Kisten geöffnet. Wenn dann das Knight kommt, ist es halt so, ja, so ein Tropfen auf dem halben Stein. Aber wenn es kommt, Alter, dann und du nicht davon aufgehst, ist eh vorbei. Den Clip geben wir uns auf jeden Fall nachher nochmal. Ohne Witz, Mann. Also gut, haben wir die Tipps haben alle drin und dann go. Jörg so, als ob er auf Himmel zurückkommt. Beste, Alter. Ja, die Pharma, oh, Tott hat die Pharma, oh, 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 Tott hat die Pharma, ich glaube, damit jetzt. Oh. Tott ist Punkt gleich mit Chigo. Jörg so, als ob er auf Himmel zurückkommt, geht's nicht. Ja, das muss ich mir doch kurz angucken, den Jörg, Alter. Boah, ich muss mir den Clip auch nochmal angucken. Ja, wir gucken uns den gleich aus, na, Mann. Weil der Jörg hat's gar nicht gerafft. Ja, ich glaube, niemand hat's schon in dem Moment gerafft, Alter. Ja, weil ich gerade unten auf den scheiß Zettel gekült habe wegen dem Strich, Alter. Ja, ich habe doch gesehen, wie Jörg so nach Ulti geguckt hat und ich so, oh, 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 Alter. Okay, Kamas, Condition. Da zwischend mich auf einmal was in den Arm, Alter. Condition ist Minimal Wear. Hat jemand Minimal Wear? Ja, wie, ist schon vorbei? Froscha, Froscha, was ist denn so eine sexy Farbe da? Die sieht verdammt weiblich aus. Ja, Mann. Ist das schön Schweinchenrosa, oder? Nein, Mann. Hm, hm. Alter, hör doch auf mit dem scheiß Crasher. War's wieder die Hose? Nee, dieser war sein, sein ausgebeulter Nippel. Oh, Mann. Ich verpeller mit ihm, Alter. Aber der, ja, geil, der wie der guckt, der ist so geil. Ja. Ich habe gehört, diese Woche, am Wochenende, ich werde ansprechen. Ja, das wird mal wieder Zeit, ey. Ah, die hört sich. Ja, wir müssen ja eh, äh, wir wollten ja eh mal ein paar Videos vordrehen. Ich habe ja gesagt, also Freitag bin ich unterwegs, aber... Wieder da? Äh, davor und danach könnte ich, auf jeden Fall. Ja, ich kriege jetzt das mal, ich mache das nicht mehr Vater, das hat das nicht mehr Vorrang. Wann ist das soweit? Äh, Termin war eigentlich letzte Woche doch noch stark schon. Naja, ich glaube, da können wir Samstag aufgeben, weil dann... Schon überfällig, oder was? Ja, ja, kommt das, kommt das Bibi. Was hast du gesagt, Dirk? Schon überfällig, oder wie? Ja. Ja, gut, aber das ist ja wahrscheinlich ungewöhnlich, oder? Nein, nein, das ist nicht so ungewöhnlich. Bis wann? Wenn ich gewinne, kriegst du einen Satz. Oh, oh. Wer hat das geschrieben? Schreibt mal ein paar Punkte zu Todfresse. Vielleicht zwei Euro. Was? Du musst nach dem Samen Deagle mit mir traden. Ich habe halt nicht so die krassen Sachen. Jo, Schnappi, wenn ich sie nicht für Trade-Uppe spare, ich spare dir eine Deagle auf. Aber die haben ja erst sieben Tage Trade-Sperre, also. Ah, es gibt doch nur noch eine Runde, ne? Ja, und dann können wir ja noch mit Trade-Ups überlegen, ob wir da was machen. Ja. War ja die Idee. Wo sind wir denn jetzt? Aber jetzt, nur mal so nebenbei, wenn der Tipp-Runde... Was soll das denn, ja? Oder der, äh, Trotz-Punkt-Bahn. Schönes Euro, Mann. Ah, die AK kam auch 50 Mal schon heute. Allein die ist ja jedes Mal mindestens ein Euro. Aber seitdem ich die die letzten sechs Runden tippe, kam sie kein einziges Mal. Ja, das ist tricky shit, weil's... Weil's jede fünfte Case ist. Da hast du komplett... Kannst du nicht immer die blaue tippen. Alle diese eklige Scheiße. Zwei, vier, sechs, ne, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nur noch acht. Kann das sein? Ja, gell? Ich hab richtige Anzahl an Kisten. So, hallo. Hallo. Oh. Klingt halt vorbei, ne? Jigo for the win. Wer schreibt das? Das ist Nini Bini. Wer, wer, wie ist denn der Punktestand jetzt gerade aktuell? Ähm, Todd und Nico haben zwölf Punkte. Beide zwölf Punkte. Oh. Jep. Äh. Oh. Aber ich glaube, wir können da sogar noch unter 21 machen, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. So, jetzt kommt wieder. Radrunde. Warte, 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 warte. Poster. Ah, was nehmen wir denn? Runde 20. Schon die letzte. Jo. Ah, ne, dann gibt's zwei, vier, fünf. Ja, aber wir machen Runde 21. Ja, wir machen Runde 21. Ja, okay, fast. Achso, okay. Dann geizt mir jetzt nicht rum. Ähm. Ja, warte mal, dann musst du die exe. Komm jetzt rum. Was lachst du mit? ach so ich kann auch die kiste öffnen also dass ihr seht was drin ist mp7 der format wo man auf jeden fall nein ich würde ich könnte ich weiß nicht was ich jetzt machen würde wenn jetzt normal ich sag m4 und vor allem jetzt in der runde kommen würde und roman kohle ja todfrisse du hast halt das gleiche genommen wie nico dadurch selbst wenn jetzt die p250 kommt setzten darauf an also kann ich los also gut lag allen die schöne pinke scheiße die pro 90 nein okay warte mal warte mal warte mal ach so ja auch hier im öffnen ja ja das ist typisch also es gibt noch eine überlegte offizielle wurden zu 39 am stück vorbeigehen und dann blaus gehen halten zwei mal links zwei mal rechts war es jetzt interessant wird bei der nächsten pickrunde wenn jetzt zum beispiel der nico und der tod die könnten ja auch auf eine condition gehen ein punkt wenn der andere das falsch hat erreichen sie kann es dann gleich neuen monitor kaufen ich weiß es war gerade scheiße dass das aber ich will ja nur sagen ein punkt reicht euch um zu gewinnen okay dann wird es gleich echt noch mal spannend und es macht mich gerade auch glücklich dass ich das gesagt habe da ging die rote vorbei meine fresse das ist wieder die red starke aber jetzt ist er nicht so sauber der müsste glaube ich weiter rechts sein bei der battle scat war er weiter rechts aber da sah der rest zum kotzen aus aber warte mal ganz kurz bevor du dann die letzte öffnst also die letzte welche letzte ja die runde 21 ich mache auch ehrenbruder und lass dich zuerst wählen halb hübsch einfach zum schönen trinken letzten zwei kehrer noch mal wieder jetzt so jetzt meine eigentliche meine eigentliche frage jetzt unabhängig davon wenn jetzt einer von beiden richtig tippen würde ich lasse jetzt mal nebenbei zählen die trade ups dann auch oder zählen die nicht wir müssen es jetzt vorher machen unabhängig davon ob nico oder tod gewinnt warte wir machen jetzt da kommt auch schon der ich würde sagen wir lassen jetzt wir lassen jetzt von allen noch mal parallel zudem noch mal ein mal ab 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 stimmen als ab ab die community genau ihr entscheidet jetzt wir machen die kiste noch nicht unabhängig vom gewinner wird jetzt entschieden von allen einmal was machen wir die trade ups als punkte auch dann bitte ein ja ansonsten ein nein das heißt wenn ich jetzt ein gewinner gibt dann ist das der gewinner hat er das nein ok dann machen wir es so ja es ist ein unentschieden zählen alle trade-ups wer sind alle trade-ups ja aber ich mache ja nur bis zu einem gewissen ding her ist ja klar also ich habe die 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 awp ist zum beispiel habe ich nicht in den trade-up sonst alles sonst alles die blues die blues und das was nichts wert ist ja ok so machen wir es ja im crap halt einfach spott abziehen mit mit schlagen ohne treten kannst du die letzte öffnen also dann entscheidet es jetzt unter umständen den gewinner und ansonsten der trade-up und wenn der gewinner gemacht ist machen wir die trade-ups eh und dann gucken wir es dabei aus wenn jetzt warte mal wenn jetzt die kiste nicht entscheiden sollte dann zählen die trade-ups und dann können auch noch die anderen gewinnen dann ist wieder alles offen genau ok tu es also wir haben ein minimal wear von der totfresse der totfresse ja ja dann mach es nochmal 100 auf dann mach es nochmal 100 auf das wird man gleich wissen wer gewinnt ich habe das Gefühl dass ich nicht gewinne nicht so bad wife nico macht auf Ehrenmann und wünscht seinen konkurrenten Glück guten Druck viel Glück an Nico guten Glück an alle Ok also dann knippeln wir die jetzt mal auf behälter öffnen und go so ist es also P90. Das ist jetzt erstmal die erste. P90 gibt es nicht. Wieso tippt dich keiner? Ist STD direkt. Und es ist? Eins hat erbrucht. Viel testet. Herzlichen Glückwunsch, Chigo. Nico hat gegönnt, oder was? Du hast 50 Euro gewonnen. Gut Job, Mann. Chigo hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ccfix, vielen Dank für dein Follower. Ccfix. Wala, ich kenn dir, Chigo. Gut, Lachstreicher. Abfahrt. P90. Kommt der Korn noch. Ja, Nico. Nico, du hast vorhin gesagt, der Gewinner soll entscheiden. Du bist ja jetzt der Gewinner. Oh, jetzt wird es weitergetrieben. Oder möchtest du, dass der Uwe das auf einer Gemmelsange verknüpft? Nee, ist eh, ist eh, darfst du ja gar nicht. Ja, ja. Darfst du ja gar nicht. Das ist ja scheiße. Möchtest du, dass es weitergeht, oder möchtest du, dass es dir einfach zugeschickt wird? Ihr kennt mich. Ihr kennt mich, also weiter. Also gut, dann ist wieder alles offen. Trade-up still. Nico führt jetzt aber mit einem Punkt, hab ich das richtig? Genau, also, ich geb nochmal einen kurzen Zwischenstand. Nico führt mit 13 Punkten, zweiter Platz ist die Todfresser mit 12, dann kommt der Crusher ganz weit hinten mit 7, dann haben wir den, den Hafu mit 6, den Hafu? Und dann ist fast egal, weil dann kommt nur noch 3, ja. Krass, dass die sich so von der Masse abgesetzt haben, die 2. Krass. So, die Tipprunden, jetzt zählt keine Condition mehr, jetzt zählt nur noch der Skin, und für den Skin kriegt ihr 3 Punkte. Okay. Also dann lade ich mal den ersten Aufladungsvertrag. Da ist ein Wunsch von deinem Moderator, Frozen, bitte nochmal das Nike. Okay, mach ich gerne. Mach ich gerne. Todd, du hast jetzt noch die Möglichkeit zu gewinnen. Der Chigo ist von dem Gewinn zurückgetreten, der hat gesagt, es gibt noch die Möglichkeit, dass jeder gewinnen kann. Bedeutet, wir machen jetzt Trade-Ups. Der Uwe macht Blue Trade-Ups jetzt am Anfang, das heißt, es kann ein Purple-Item kommen. Das sind, glaube ich, 4 Stück. Er zeigt uns jetzt vorher nochmal, welche 4 kommen können. Da wird jetzt getippt. Trade-Up-Runde 1. Uwe, hast du noch eine Kiste? Ich habe komplett keine Kiste mehr. Ich sehe nur Roman, wie er seinen Eistee trinkt. Irgendwie ist es aufgepackt, Mann. Ist da weiter drin? Ich muss kurz eine Kiste reinschoppen, ich hoffe, das geht. Ja, Chigo ist ein Ehrenmann, aber das sieht nur nach außen. Damit man die inspektieren kann, was drin ist für den Trade-Up. Hallo? Ja, damit man sehen kann, welches Item man findet. Mach ich jetzt das Flash aus. Hallo, gehst du? Gehst du? Oh, weiße. Voll Blue Trade-Up, Sir. So, das ist ein Blue Trade-Up. Das heißt, es kann kommen, die AWP, die Tech-9, die Desert Eagle, die MP5 oder die UMP. Bitte jetzt Trade-Up-Runde 1, was kommt? Also, alle Purples. Okay, welcher Follower hat er an Mac10 geschrieben? Ich bin Farben-Linning-Faste. Scheiß, Mann. Okay, Chigo-Tipp-Tech jetzt. Also, jetzt ein UMP gegen Tech. Also, die AWP, Tech, Desert Eagle und MP5. Alter, wie viel Purple steht da? Ich bin nur zwei richtige Tipps hinten dran. Ja, ja, ich will ich nicht ausschließen. Ja, ja, also. Es gibt drei Punkte, Nico, drei Punkte. Ich kann ja mal den Trade-Up-Fall. Ich glaube, du kannst das Trade-Up machen, Uwe. Der ist ja so güllig hier. Okay, welche blauen hauen wir als Aschis rein? Die ekligen, Alter. Ja, Mann. Alle Galeel, alle Galeel ist weg, Junge. Alter, warum zeigt es mir die jetzt nicht alle? Das ist so behindert gemacht, offiziell. So, auch da ist ein Dreif. 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 Die lasse ich mir schmecken. Die lasse ich mir schmecken, offiziell. Viel testet. Wer hatte die auch? Jasmin hatte, glaube ich, die, oder? Und Roman auch. Und Roman auch, ja. Oh, ich muss die Excel-Liste erweitern. Warte mal wieder. Die lasse ich mir schmecken, die auch. Ich wollte es vorher nicht sagen, aber ich habe die AWP bei den Trade-Ups, ich habe drei Trade-Ups gemacht mit blauen und habe jedes Mal die AWP rausbekommen. Ganz kurz warten, bitte. Ich habe mich damit gerechnet, dass es so weit geht. 11 Euro, ja. Ich bin auf die Galil, Alter. Ein schwerer Tausch für diese Kotz-Galils, ne, auch. Alter, hä? Ich habe da noch so viele Kisten. Ich bekomme die auf einmal her. Da muss man nur eine Einzelne kaufen. Scheiße. Ah, ich habe die versteckt, oder? Ja, Mann. Der ist offiziell der behinderte Skin, obwohl er rot ist. So, Jasmin und Roman, ne? Ja. Jasmin ist hier. Jo, drei für richtige, jo. Für dich schon? Ja, drei ist richtig. Oh Mann, ist das das erste Mal, dass du richtig hast? Echt jetzt? Nein. Vertraue. Da hat vorhin die ganze Zeit Knives gekaut, und kleine Arme und was. Immer die M4 und Knives. Dann so. Ja. Vertraue ich. Oh Mann, ey. Wird jetzt wieder Pölk? Ja, wird wieder blau. Also wieder das Gleiche. Runde 2, AWP, Tech9, Diegel, MP5, UMP. Ich sag mal da, AWP. Amplify, Tech, Diegel, Amplify, Tech. Stay strong as you. UMP. Tech, UMP. Ja, ja. Punktestand war jetzt wie? Von den ersten zwei Mal, kurz ganz nur. Nico hat 13 und Todfresser hat 12 und ich hab sie. Das ist Platz 1, 2 und 3. Wir haben ja glaubten Tipps durch. Dann hab ich wirklich mal den mal wieder, den Aufwertungsvertrag. Du hast aber nur drei Punkte auch immer. Auf jeden Fall nochmal Respekt und Ehre geht raus an Chigo, dass er nochmal das Weite gecallt hat. Alter, wie viele P90. Ja, da spielt sich der Chigo. Nein, der Chigo macht das schon auf Erdenbruderbar. Der kann jetzt nicht mehr gewinnen. Also er kann nur verlieren. Ja, genau. Ich bin ja nicht der Crusher. So lang. Weil man kann nicht, kann ich den Mod-Button testen? Alter. Dann stürzt das Programm zusammen. Jawohl. Ich kann... Okay, ich kann ein Time-Aus-Aus-Aus-Aus-Aus-Aus. Oh Gott. Alter, was ist los? Ey, das ist... Das habe ich auch gesagt. Stay strong. Habt ihr wieder aufgetippt? Ich hab's dir getippt. Also Roman ist auf dem starken Weg nach vorne. Alter. Alter. Hast du Condition, sorry? Warte. Die ist wieder viel testet. Gut, aber es ist jedes Mal verfickt. Zehner. Du hast doch schon allein mit dem fucking ADP mehr gemacht als live als verlosen Bild. Wie viel habe ich von dem? Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho die punkte habt ihr auch geschrieben habt ihr ausgewertet runde 3 ich denke blaue kriegen auf jeden fall noch zwei hin also der nächste blaue ja ich habe kein problem mit das ist wie wenn du beim beim ding beim roulette bist und auf den rothrain sitzt den red train du bleibst du bleibst ja auch der tekko neu treu aber mit 20 prozent auf jeden also dann baller ich mal die nächsten 15 aufwertung zu tragen wo soll ich eine andere kollektion mit reinnehmen als troll 10 prozent alle singen kann auch nicht kommen nein alles schön wäre es das wäre echt schön aber man muss einfach mal wenn ein trader kommt nein wer ist auf dem ort wer ist auf dem option op train ist am stüssel auf jeden fall also man muss jetzt jetzt muss ich gleich mal neu inzwischen oh ja jetzt wird es echt mal spannend wo man alter komm mal drei so was ist los alle edick er nicht edick nico leg mal bei game auf alle langsam wird es wieder viel testen also um das mal kurz zu sagen platz 1 nico 13 punkte platz 2 platz 3 mit drei mit drei richtigen tipps ah helle roman hat sich mal kurz auf den dritten platz hoch getippt hätte der roman von den 21 runden vorher auch noch mal ein paar punkte hätte er nicht immer knife gekauft und m4 der roman hat sich aber nicht die anleitung hat sich gesagt holy shit man hyper x herzlich willkommen im stream oder haben wir schon mal was gehört wenn nicht auf jeden fall herzlich willkommen so dann kommt der nächste blaue runde 4 ja ich habe noch massiv los da wurde seit drei schalten es kann jetzt keine vier mal er sagt aber auch jeder beim red train aber ohne scheiß ich habe bei mir auch schon drei 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 das gemacht und bei allen drei kamen die hoche steigt auf dem weg ist zeigt auf dem off-train auf wenn jetzt noch mal auf kommt dann wird es also ich lad mal langsam wieder durch die tipps durch was gibt es diese mit dem roten sternen ump ist da bedeutet wir haben aktuell einen neuen führenden ja aber da kommt noch ein paar trader da kommt noch ein paar trader die nächste runde springt auf den off-train auf der jetzt abgebrochen ist die sache ist die 15 punkte noch einzuholen ist fast unmöglich wo man auch einfach die rwb und das die tag geht bleibt bei der weg dann lade ich mal durch das ist so behindert gemacht du willst denn das item auf und muss dann noch mal komplett ausrufen das ist was muss die logik keine logik es waren auch tatsächlich nicht viele star trek items so für trade-ups mit das reicht glaube ich auch nicht also nur p90 ich wechsel mal auf die mp5 todfresse mp5 todfresse? wiegel vom jochen ich gönne dir jetzt einfach die avp Ja, ich mir auch. Ja, immer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. War der auch Train am Start? So, jetzt möchte ich kurz sagen, dass Roman auf einmal auf die... So, lass mich mal kurz reingucken. Meine ersten Punkte. Herzlichen Glückwunsch, Enik. So, Roman kriegt drei Punkte. Der Cruscherino kriegt drei Punkte. Wer hat denn noch AWP getippt? Cortana deinstalliert. Kron, ich. Da hieß war. SM. Ja, ich spare dir eine Deagle auch. Kriegst du so, brauchst du mir nichts geben. Ich kann die nur noch jetzt nicht traden. Die haben seit neuesten sieben Tage Trade-Sperre, wenn du die ziehst. So, der neue Start. Ab dem 23. April geht's Tradebar. Welche ist der Schuhe? Moment. Alter, wie viel Ops? Viel testet. Aber das soll doch... Ne, ich kann gar nicht mit Factory New oder Star Trek kommen. Also in Factory New könntest du wahrscheinlich kommen, aber Star Trek nicht. Freunde der Sonne. Platz 1. Todfresser 15 Punkte. Platz 2. Nico 13 Punkte. Platz 3. Roman 12 Punkte. Oh. Platz 4. Platz 4. Crusher 10 Punkte. Wir starten Runde Nr. 6. Okay. So, das war's für mich. Auf. Der Auf-Train bleibt real. Crusher geht auf die Deagle. Teco. Maniko. UMP bei Tott. Also Platz 1 bis hier hat gerade komplett unterschiedlich gewählt. Auf. Deagle. Wird am Telefon gerade laut. Weil Geld nicht mehr richtig zieht oder was? Geld war kurz AFK wahrscheinlich. Wird am Telefon gerade laut. Ich glaube, Totschritte hat schon ein bisschen Muffelsauser vom Roman. Also wenn Roman jetzt die AWP richtig hat, ist Totschritte mit Roman Punkt. Oh. Der sagt, Totschritte kommt nicht. Wenn aber jetzt die Tech-Nein kommt. Wenn die Tech-Nein kommt, ist Nico Platz 1. Oh, da wird's jetzt spannend. Da kommt er lade ich mal direkt durch. Nichts länger auf die Spanne zu foltern. Alter, wo sind meine blauen Items? Die bitte. Jetzt kommt er jetzt einfach, die Deagle, da bin ich nicht offen. Ach, die Lade. Keine Ahnung, das war am Angebot. Deagle kommt noch, der Call von Mark. Ich weiß nicht, aus dem Open World Game. Ich hab Angst, Cortana demst du hier. Ah, das hier. Das schlechte Arc. Okay, die Tipps sind durch, oder? Ja. Oh, da ist die Tech-Nein. Da ist die Tech-Nein. Oh, 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 oh. Die Tech-Nein ist da. Bedeutet, neuer führender aktuell Nico GZ. Ja, er hat gerade Gabe rund gelaufen. Gibt's noch einen? Eeeh. Da muss ich dann wieder die Ex-Liste erweitern. Weil mit so viel Runden habe ich nicht gerechnet. Warte, ich schau mal gerade eben. Pöpel, Pöpel. Pöpel, Pöpel. Wacke 1, 2, möchte ich sagen. Blau. Jo, 1, 2 auf jeden Fall noch, mindestens, ja. Hab aufgelegt, hab wohl gezogen. Hab aufgelegt, hab wohl gezogen. Was die AK-Wert. Die AK ist ein paar Euro. Ja, ein paar Euro, je nach Zustand. Ein Minimal wäre, glaube ich, nur noch 2, 3 Euro. Sind jetzt, glaube ich, bei... ... ... ... ... ... Dieser eine Skin, der geiert immer mit rein. Der gehört gar nicht zu der Kollektion. So, 2, 4, 6, 8, 10. Die Tipps bitte. Oder warte, 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 warte. Noch keine Tipps, noch keine Tipps. Das Crusher. Warum? Oder hast du schon reingeschrieben? Ah, alles gut, oder was? Ja, klar. Okay, 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 okay. Dann hab ich nichts gesagt. Der Crusher, der... Den guten Moderator hat das... Sind die Tipps durch? Das sind die Tipps überschlagen. Trade-Up, Runde 7, Orp, UMP, Tech, Legal, Orp. Wie für Trade-Ups wird es noch geben? Ja, also 2, 2 denke ich auf jeden Fall noch. Und da gucke ich mir mal die Purples noch durch. Könnte nicht kalkulieren. Die sind aus, wenn sie aussehen. Wer mit ansehen. Bleibt spannend auf jeden Fall. Roman hat sich kurz mit dem Orp-Train nach oben gearbeitet. So, ich glaube, dann sind wir durch mit den Tipps, oder? Jo. Dann weiter. Oh, die MP5. Der Tyler, der Tipp. Outsider, Outsider. Die war nicht am Start. Das ist scheiße, ne? Also, dann machen wir die nächste Tipprunde. Also, ich glaube, einmal blau wird es noch auf jeden Fall. Danach müssen wir wahrscheinlich auf Purple umgehen. Oh, wie wird es dann? Hat es? Drei Pinks. Eins zu drei. Eins zu drei. Ja. Ja. Das ist spannend. Aber die Top 4 bleibt dauerhaft bei ihren Items. Ja, ich verzeihe. Ja, das war schon lange keine Orp-Train da, muss man sagen. Standort. Die Giegel war noch gar nicht. Die Giegel, die Giegel war noch gar nicht. Stimmt, ja. Die Giegel. Ja, aber die brauche ich. Dann laden wir mal durch. Aha. Muss ich gleich mal gucken. Weil ich dich getippt habe, du Kribbel. So, danach würde ich sagen. UMP. UMP. UMP hat unser Freund Topf. Uh. Oh. Bedeutet ein Topf. Nein, warte mal, warte mal. Standard hat er geschrieben. Nein, aber vor schon UMP. Verdammt, Autokorrektur, Diegel, nicht Frage. Was, jetzt? Ja, nein, nein, der hat UMP genommen. Da habe ich gesagt, alle bleiben bei ihrem Alten. Okay, alles in Butter. Trott ist Führer. Der hat UMP genommen. Gibt es noch einen Punkt? Also ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt noch einen Purple und dann, also einen auf Pink und dann würde ich sagen, schließen wir auch mal ab für heute. Um das nicht jetzt ins Unermessliche zu ziehen. Wie ist denn jetzt der Zwischenstand kurz? Zwischenstand. Führende, Trott mit 18 Punkten. Zweiter Platz, Nico mit 16. Dann haben wir den Roman mit 12 und den Crusher mit 10. Okay, also jetzt kommt der letzte Trade-Up, wenn es nicht ausgeglichen danach steht, aber ich vermute nicht, kann nicht, kann nicht, kann nicht, kann nicht, kann nicht. Also letzte Trade-Up geht auf den Revolver, die Org oder die Pumpgun. Die drei Optionen gibt es jetzt. Da wahrscheinlich auch da am meisten Wert sein, bitte. Ne, ich denke, auch. Auch, 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 auch. Auch, ist da. So, wir machen das, äh... Ich, ähm, die Auto-Shotgun. So, jetzt wartest du mal bitte ganz kurz. Ja, wir müssen eh noch auf den Tod warten. Ich kann jetzt nicht dasselbe nehmen. Ja, genau, er nimmt nämlich dasselbe und dann ist es scheiße. Oh, ne. Ne, wenn er dasselbe nimmt. Ja, Mann, du musst jetzt überlegen. Also, ihr müsst jetzt beide überlegen. Wenn sie jetzt kommt, kriegen sie beide die Punkte und er hat gewonnen. So, topklasse. So, wollen wir, wollen wir einem vorbei, oder wollen wir anbieten, dass einer wechseln kann. Wollen wir anbieten, dass einer wechseln kann. Dass die Chance besteht, dass beide die Chance zu gewinnen haben. Ja, im Prinzip müssen sie, das muss Chico jetzt entscheiden. Ich glaube, er hat einen Punkt mehr, er wird so oder so gewinnen. Stimmt, das ist das gleiche. Also muss, muss einer, einer von beiden muss jetzt überlegen, was anderes zu nehmen. Nein, im Prinzip nur Todd muss überlegen, was anderes zu nehmen. Genau, Todd, die Autoschrotze war schon weg. Du kannst die Autoschrotze nehmen, aber wirst damit safe verlieren. Also, würde ich empfehlen, was anderes zu nehmen. Oder bin ich falsch, oder? Mit der XM ist Autolose. Todd würde safe gehen. Echt jetzt? Ne, ist ja vorne. Ist Todd vorne? Ja, Todd führt. Ach so. Also, dann müsste Chico überlegen, ob er was anderes nimmt. Todd darf die XM behalten. Also, Todd, du hast die Autoschrotze und Nico, möchtest du das gleiche nehmen und dadurch automatisch verlieren oder möchtest du wechseln? Ja, stimmt. Chico muss jetzt überlegen. Das ist der Punkt. Todd hat die Auto, die XM. Ich schreibe das gleich vorher nochmal in den Chat. Chico muss jetzt entscheiden, ob er was anderes nimmt. Todd entscheide, du. Ne, Nico, sag bitte, was du nehmen möchtest. Wenn du auch die XM nimmst, hast du automatisch verloren. Nico, du hast jetzt die Wahl noch zu wechseln. Okay. Nico hat den R8. Also, Todd Fresser hat jetzt den... Ich hab's reingeschrieben. Genau, richtig. Ich hab's reingeschrieben. Richtig, gut. Wie hat keiner das Niple? Also gut, dann laden wir jetzt mal Purple durch. Laden und entsichern. Oh Gott. Was ist da am wertlosesten? Kurz zu sagen, Todd hat eine 66%ige Wahrscheinlichkeit das Niple. Alle bereit? Du kannst sogar zwei machen. Ja, wir machen's jetzt. Wir lassen sich bei dem, sonst wir werden heute nicht mehr fertig. Also. Good luck an Nico. Good luck an Todd. Ehrenbruder Basis, ehrenbruder Basis, ehrenbruder Basis. Also er hatte, der ist vorhin schon, hat das nochmal angeboten, dass die anderen auch die Chance haben. Und ich hol mir jetzt noch ein Bier. Ich würd auch sagen... Ich meine, ich hätt was gewonnen. Als Trostpreis hau ich Todd auf jeden Fall, ähm, was? Warte mal, warte mal. Kannst du dich im Stream kurz muten? Ich bin im Stream muten. Ich bin ich muten. Nee, du dich. Warum? Mach mal. Wie das Wetter ist. Genau, genau das wollte ich nämlich gerade fragen. Nico schreibt, geht ihm das Wetter. Okay, der Uwe hat sich jetzt komplett gemutet, was natürlich mega gut ist. Ja, du hast ja gesagt, ich soll mich muten, Alter. Im Stream. Ach, im Stream. Ich wollte, dass du dir das mit Nico klären, dass er das Messer trotzdem weitergibt. Aber der Nico hat's gerade auf dem Stream geschrieben. Gib ihm das Messer. Jo, ich wollte ihm nämlich gerade anbieten, ihm als Trostpreis so eine Off zu geben. Von denen ich ja die ein oder andere habe. Aber gut, wenn Nico aufs Knife verzichtet... Ist Top der Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Alle mal Hashtag Ehrenmann. Einfach mal klatschen. Für Top und natürlich auch für Nico, der das Knife weitergegeben hat. Danke an Nico. Ehrenaktion auf jeden Fall. Und herzlichen Glückwunsch an Top. Ehrenstriche erlauben. Erlauben. Also gut, dann würde ich sagen, Todd, erde mich mal aufs Team. Oh, er zappt rein. Er zappt rein. Er zieht's durch. Er zieht's durch. Da kann man ruhig mal klatschen. Danke dir, Todd, für den zappt. Und geht's jetzt zum Knife. Ähm, adde mich jetzt mal auf Steam. Dann kann ich dich hinzufügen, dessen... Jo, genau. Und jetzt kommt das Knifte. Willst du das rausholen? Wie ist die Raushol-Animation? Oh, die shit ist alt. Holy fuck, die Animation. Schon geil. Oh, hör mal die Luft da raus. Holy shit. Holy, what the fuck? Das sieht mega geil aus, so. Holy shit, Mann. Echt? Das ist ein richtig schönes Knife. Komm, ein Knife. Ja, das sieht schon sick aus. Vor allem ist das so clean, Mann. Vor allem, wenn du mir nur mal überlegst, das Knife ist das ganze Case Opening gewesen. Ja, Mann. Und da noch die Orbs dazu. Ja, also... Wann kann man mal sagen, man hat in einem Case Opening Profit gemacht? Nach dem Kill nicht mehr, ja. Wo sind die scheiß Bots, Alter? Kann ich da irgendwie Wallhack anmachen? Können Sie sagen? Mann. Ja, Mann. Jo...